Ich bin Finn von Bitcoin einfach erklärt und im heutigen Video möchte ich darauf eingehen, warum ausnahmslos jeder Altcoin, also auch dein Altcoin, ein Shitcoin ist. Ich habe vor kurzem bereits ein ähnliches Video gemacht, in dem ich erkläre, warum jeder Altcoin ein Scam ist. Ich dachte, das sei erstmal ausreichend gewesen, was ich da erzähle, aber so wie es aussieht, muss ich wohl noch einmal ein weiteres Video zu diesem Thema bringen. Ich habe unter diesem Video unter anderem ein Kommentar erhalten von EFLOW und zwar Staken kann jeder, minen kann nicht jeder. Cardano ist Proof of Stake und dezentraler als Bitcoin, wusste ich nicht. Maximale Anzahl von Bitcoin wurde im Prinzip durch die Hardforks erweitert. Mit mehr oder weniger Aufwand kann man auch Bitcoin erweitern, falls du die maximale Menge meinst, da ist ADA zum Beispiel auch limitiert. Die ersten Miner und Satoshi haben auch den größten Anteil der Bitcoin, aber immerhin konntest du nichts Bestätigtes gegen ADA bringen. Natürlich, wenn man das Video auf lautlos stellt und die Bitschirmhelligkeit komplett auf Null dreht, dann vielleicht schon. Nur ein bisschen Hoskins und Bashen, der eh kaum mehr was zur Entwicklung der Blockchain beiträgt und alles nur Sachen, die über ihn behauptet wurden. Verlinke Quellen, dann wäre es zumindest seriös. Dann kann ich dir noch empfehlen, dich mal mit Quant auseinanderzusetzen, vielen Dank. Aber kann ja auch sein, dass du vorbelastet bist, wie du es selbst sagst. Ich besitze Bitcoin als Wertspeicher und ADA, Ethereum, weitere Shitcoins zum Staken. Damit habe ich auch bisher den Bitcoin selbst outperformen können. Glückwunsch! Denn auch das ist für 99,9% der Bitcoiner das Ziel, Kursgewinne mitzunehmen. Das ist quasi so der typische Altcoiner, der hat quasi das komplette Altcoin-Bingo gerade durchgespielt. Und deswegen möchte ich einfach mal auf diesen Kommentar eingehen und nochmal genauer erklären, warum dieser Kommentar absoluter Schwachsinn ist. Diese Person möchte mit hohem Risiko große Gewinne machen. Sie sagt ja selber, dass sie Bitcoin als Wertspeicher sieht, aber sie möchte lieber mit anderen Coins spekulieren. Denn dann kann man kurzfristig vielleicht etwas mehr Gewinn machen, weil Bitcoin leider nur der beste Wertspeicher ist. Deswegen muss man sich andere Coins kaufen, mit denen man Staking betreiben kann. Ganz klar, denn Staking ist absolut sinnvoll. Anstatt den wertvollsten Wertspeicher der Menschheit zu nutzen, könnte man auch einfach irgendwelche wertlosen Coins kaufen, weil man dann Staking betreiben kann und innerhalb dieser Coins, innerhalb dieses Ökosystems dieser Coins, eine gewisse Rendite bekommt. Alle Altcoins tendieren zwar einfach gleich zu Bitcoin langfristig betrachtet gegen Null. Und wenn ich natürlich 5% auf einen komischen Shitcoin bekomme, der dann einfach komplett wertlos wird, dann lohnt sich das natürlich mega, weil ich dann 5% mehr von diesem wertlosen Coin habe. Super toll, Bitcoin ermöglicht es wie gesagt, dein Geld zu sparen, du brauchst nicht mehr spekulieren, aber Leute wollen halt quasi Parasiten sein, wie in unserem jetzigen klassischen Finanzsystem. Leute wollen nichts tun und dafür Geld bekommen, indem sie Staking betreiben. Dieses Geld muss natürlich irgendwie ausgeschüttet werden, da gibt es wieder Inflation, da gibt es quasi wieder den Cantillon-Effekt, die Reichen profitieren von der Geldmengenausweitung. Das ist genau das, was quasi nur Bitcoin löst und eben diese ganzen anderen Coins nicht. Und diese Person hat, so wie jeder andere Altcoiner, noch nicht verstanden, dass Bitcoin wie das Internet in Schichten entwickelt wird. Und das habe ich eigentlich auch in diesem Video erklärt. Bitcoin hat einzigartige Eigenschaften, die kein Coin kopieren kann. Bitcoin ist als einzige Blockchain- und Kryptowährung wirklich dezentral und hat damit ein echtes Knappheitsversprechen. Warum das so ist, das erkläre ich im Video noch mal etwas genauer. Und ja, Bitcoin hat gleichzeitig die höchste Netzwerksicherheit, das haben wir in diesem Video auch festgestellt. Und Bitcoin hat den größten Netzwerkeffekt, jeder kennt Bitcoin. Bitcoin steht ganz klar auf Platz 1 der Kryptowährungen, das können wir hier sehen. Und darüber hinaus hat Bitcoin den stärksten Lindy-Effekt, weil Bitcoin die älteste Kryptowährung ist. Bei Bitcoin wissen wir, dass Bitcoin schon 13 Jahre existiert. Also ist es wahrscheinlich, dass Bitcoin auch weitere 13 Jahre existieren wird. Und das bedeutet, dass Bitcoin nun mal unabstreitbar und objektiv betrachtet das beste und sicherste Fundament für das Internet der Werte ist. Wie gesagt, Bitcoin wird wie das Internet entwickelt. Wir haben quasi verschiedene Schichten, dieses Bitcoin-Protokoll, diese Bitcoin-Blockchain. Und auf dieser Bitcoin-Blockchain bauen wir halt eben weitere Netzwerke auf, wie das Lightning-Network. Damit können wir Bitcoin-Transaktionen in Echtzeit kostenlos und anonym tätigen. Darüber hinaus haben wir noch das Taro-Protokoll, was auf Lightning aufbaut oder RGB. Mit diesen beiden Sachen kann Bitcoin alles, was andere Kryptowährungen auch können. Und dann gibt es noch haufenweise andere Netzwerke und Anwendungen, die auf Bitcoin basieren. Und das heißt, Bitcoin kann in Zukunft absolut alles, was diese anderen Altcoins auch können. Nur halt, dass es diese einzigartigen Eigenschaften besitzt, die kein anderer Altcoin besitzt. Und das heißt, dass Bitcoin effektiv die einzig relevante Kryptowährung ist. Weil es wäre doch super, wenn wir diesen Wertspeicher einfach als Geld nutzen könnten und damit alle Anwendungen nutzen könnten, die andere Kryptowährungen haben. Die Menschen wollen immer nur ein einziges Geld haben. Keiner möchte mehrere Kryptowährungen haben. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich möchte doch einfach nur das wertvollste Geld haben. Das ist wie gesagt Bitcoin. Das erkennt diese Person ja sogar an, dass Bitcoin ein Wertspeicher ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Und das zeigt einfach, dass sich diese Person, so wie alle anderen Altcoiner, nicht mit der Technik hinter Bitcoin auseinandergesetzt hat. Und auch nicht mit der Technik hinter den ganzen Altcoins. Denn, ja, wenn Bitcoin alles kann, was andere Kryptowährungen auch können, nur in besser, dann verstehe ich nicht, wofür man andere Kryptowährungen und Blockchains braucht. Und, ja, es gibt natürlich noch Quant. Das wird unter meinem Kanal sehr oft empfohlen. Quant ist auch ein sehr kreativer Shitcoin. Damit können wir verschiedenste zentralisierte Blockchains einfach aneinander klatschen und die dann interoperabel machen. Das ist quasi wie das Lightning Network, nur in schlecht. Zusätzlich wollen sich die Erfinder von Quant natürlich noch daran bereichern, weil wir einen Coin ausgeben müssen. Das Lightning Network basiert, wie gesagt, auf Bitcoin. Das heißt, die Erfinder des Lightning Networks, die Entwickler des Lightning Networks, die machen das einfach als Open Source Projekt. Die haben nämlich keine eigene Kryptowährung rausgebracht, weil sie Bitcoin unterstützen möchten. Und das Konzept hinter Quant ist, wie gesagt, einfach, dass wir verschiedene Hunderhaufen nehmen, also zentralisierte Proof-of-Stake-Blockchains. Die kleben wir aneinander und dann haben wir einen ganz großen Hunderhaufen. Der ist natürlich dann viel mehr wert, vollkommen klar. Und ja, außerdem klärt mich EFLOW auf, dass Cardano noch dezentraler sei als Bitcoin. Die Begründung dafür, die scheint offensichtlich zu sein. Deswegen führt er die auch gar nicht auf. Aber klar, so ziemlich jeder Altcoin-Geschäftsführer, wie zum Beispiel Charles Hoskinson bei Cardano, die behaupten natürlich, dass die Altcoin dezentral sei. Macht ja auch vollkommen Sinn, denn würden diese Altcoin-CEOs ehrlich sein und sagen, dass sie diese Coins einfach aus dem Nichts erschaffen haben, dass sie einfach ein Unternehmen geschaffen haben, das Wertpapiere ausgibt, dann würden diese ganzen Coins natürlich sofort als Wertpapier gewertet werden. Deswegen sagt die US-Börsenaufsicht auch, dass nur Bitcoin ein Rohstoff ist und alle anderen Kryptowährungen ein Wertpapier. Und um nochmal genauer zu erklären, warum Cardano so unfassbar dezentral ist, das liegt daran, dass Cardano auf Proof-of-Stake basiert, was bekanntlich eigentlich zentralisiert ist, aber Cardano halt eben nicht, weil das ganz, ganz besonders ist. Cardano löst dieses Problem, was Proof-of-Stake hat, weil das so ist. Das ist aber noch nicht fertig, das wird noch entwickelt, das kommt dann irgendwann noch. Und dann ist Cardano dezentraler als alles andere und weil Cardano halt so unfassbar dezentral ist und neutral ist, gibt es auch noch einen Geschäftsführer, der heißt Charles Hoskinson und der hat halt eben einen großen Personenkult um sich aufgebaut, ungefähr eine Million Follower auf Twitter, das ist ziemlich cool. Und wir wissen alle, Charles Hoskinson, der trägt ja überhaupt gar nichts zur Entwicklung der Blockchain bei. Aber klar, wenn man eine Million Follower auf Twitter hat, dann trägt man natürlich überhaupt nicht irgendwie zur Entwicklung von Cardano bei, das ist quasi komplett neutral. Das haben wir bei Ethereum ja auch gesehen. Vitalik Buterin hat quasi überhaupt gar keine Macht über Ethereum und deswegen ist Ethereum auch auf Proof-of-Stake gewechselt. Übrigens hatte Cardano auch einen Pre-Mine, das heißt, die Gründer von Ethereum, Charles Hoskinson und weitere, die haben sich quasi einen unfairen Vorteil verschafft und sich einfach vor der Öffentlichkeit eine große Menge der Cardano-Coins, also ADA gesichert, ungefähr 20%, also ungefähr 5 Millionen Coins. Und da man mit Cardano nun mal, wie F-Flow selber sagt, so toll staken kann, deswegen können wir davon ausgehen, dass diese ganzen Foundations noch viel mehr Cardano besitzen, genauso wie Charles Hoskinson, weil, ja, man bekommt ja immer mehr Rendite, man bekommt immer mehr Coins darauf, dass man so viele Coins besitzt. Die Reichen werden immer reicher. Das ist ja genau das, was quasi Bitcoin ausmacht, dass wir quasi das bestehende System einfach aufrechterhalten, nur dass wir quasi dieses Vermögen einfach umverteilen und andere Leute noch reicher machen. Das ist genau das, was hinter Bitcoin steckt. Es gibt zum Beispiel Behauptungen, dass Charles Hoskinson eine Milliarde Dollar in Cardano hat, also in ADA staked und damit macht er ungefähr 40 Millionen Dollar passives Einkommen im Jahr. Und klar, die einzig logische Schlussfolgerung, dass jemand, ja, einfach ein Geld erschafft aus dem Nichts und sich daran bereichert, das ist, ja, dass das einfach der Traum ist, finde ich auch super. Und, ja, Charles Hoskinson, der scheint auch ein sehr toller Typ zu sein. Und wenn ich mir aussuchen könnte, welche Person ich zum reichsten Menschen der Welt machen würde, indem ich mir einfach irgendeinen Shitcoin kaufe, dann wäre Charles Hoskinson ein ziemlich großer Anwärter darauf. Es wird nämlich behauptet, dass Charles Hoskinson, der wurde damals aus Ethereum herausgeworfen, er war damals Mitgründer von Ethereum, und, ja, seine ehemaligen Arbeitskollegen, die behaupten, dass Charles Hoskinson ein zwanghafter Lügner sei und ein Soziopath. Darauf gehe ich in diesem Video noch mal etwas genauer ein. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr vertrauenswürdigen Person. Und alles, was ich gerade gesagt habe, das trifft eben auch auf alle anderen Allcoins zu, mit kleineren Unterschieden vielleicht oder Variationen. Natürlich vollkommen klar, wenn man sich selbst daran bereichert, dann ist natürlich so ein Geld absolut neutral als der Geschäftsführer dieser Kryptowährung. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Interessenkonflikt, wenn ich, ja, riesige Mengen dieses Coins besitze. Und im Vergleich dazu gucken wir uns mal dieses zentralisierte Bitcoin an. Denn Bitcoin hat die Bitcoin-Blockchain, den Konsensalgorithmus Proof of Work, diesen sozialen Konsensus und seine unwiederholbare Entstehungsgeschichte, die Bitcoin dezentral gemacht hat. Das lässt sich, wie gesagt, nicht wiederholen. Deswegen kann keine andere Kryptowährung so dezentral sein wie Bitcoin, weil Bitcoin unter dem Radar groß geworden ist, weil Bitcoin mal die erste Kryptowährung war. Und würde man heute eine so dezentrale Kryptowährung rausbringen, dann würde die im Nullkomman nicht zerstört werden können. Und, ja, deswegen braucht man ja eben verschiedene Geschäftsführer- und Entwicklerteams, die, ja, diese Kryptowährungen nun mal schützen vor verheitlichen Angriffen. Und, ja, der Erfinder Satoshi Nakamoto, der ist anonym und seit 2011 spurlos verschwunden. Keiner weiß, wer er ist oder war. Und darüber hinaus hatte Bitcoin auch kein Pre-Mine. Das heißt, Satoshi hatte damals in einem Forum öffentlich angekündigt, wann er mit dem Mining starten würde. Anders als bei allen anderen Kryptowährungen hätte jeder von uns damals quasi Bitcoin minen können. Satoshi hat sich also keinen unfairen Vorteil verschafft, weil Satoshi nun mal als erstes Bitcoin gemeint hat, besitzt nun mal Satoshi ungefähr eine Million Bitcoin. Das ist natürlich viel, aber klar, diese ganzen anderen Kryptowährungen oder die Erfinder der anderen Kryptowährungen, die besitzen teilweise noch deutlich mehr als das. Das Ding ist aber, dass Satoshi, wie gesagt, anonym ist. Und er ist damals verschwunden. Er hat auch keinen Coin, den er besitzt, jemals bewegt oder verkauft. Satoshi, der hat sich quasi nicht daran bereichert, dass er so viele Coins besitzt, dass er sein eigenes Geld erschaffen hat. Er hat altruistisch gehandelt. Und das haben halt eben Leute wie Charles Hoskinson, Vitalik Buterin bei Ethereum und so weiter und so fort. Die haben das halt eben nicht. Die verkaufen regelmäßig einen Teil ihrer Coins oder benutzen die auf andere Art und Weise, um sich Reichtum zu verschaffen. Ja, meiner Meinung nach hätte man ein neutrales Geld nicht fairer verteilen können. Darauf gehe ich in diesem Video nochmal genauer ein. Die nächste Falschaussage war halt eben, dass jeder Staking betreiben kann. Mining kann nicht jeder betreiben. Das zeigt, dass diese Person sich absolut mit Bitcoin auseinandergesetzt hat und auch wirklich weiß, wie Proof-of-Stake funktioniert. Ich meine klar, Ethereum ist ja der größte Proof-of-Stake-Coin. Da können wir uns mal angucken. Um selber Staking zu betreiben, braucht man unter anderem 32 IFA. Das heißt, wir müssten nur schlappe 50.000 Euro investieren und könnten dann Ethereum-Staking betreiben. Wobei, nein, halt, stopp. Zusätzlich müssen wir dafür ja auch noch eine eigene Node betreiben, eine eigene Ethereum-Node. Und die ist deutlich hardware-lastiger als eine Bitcoin-Node. Das heißt, dass wir einen richtigen, starken PC bräuchten. Das ist bei Bitcoin-Nodes nicht so. Ich gehe gleich auch noch genauer auf den Unterschied zwischen Bitcoin-Nodes und Staking-Nodes ein. Und zusätzlich ist das Betreiben einer eigenen Staking-Node in der Regel deutlich komplizierter als das Betreiben einer Bitcoin-Node. Es gibt auch noch so Mechanismen wie Slashing und so weiter und so fort. Die gibt es bei Bitcoin nun mal nicht. Und ja, Staking kann man nicht mit Mining vergleichen. Wer das tut, der hat beides nicht verstanden. Bitcoin-Nodes muss ich nicht betreiben. Das ist einfach nur optional. Das ist mein Zuhang zum Netzwerk. Bei Proof-of-Stake brauche ich aber meine eigene Node, weil ich ja nun mal meine Rendite bekommen muss. Weil, wenn ich keine Rendite bekomme, dann inflationiert mein Geld. Weil die Menschen, die Staking betreiben, die bekommen natürlich ihre Rendite und ich nicht. Das heißt, ich muss mein Geld anlegen, sonst inflationiert das. Und das ist vollkommen anders zu Bitcoin. Jeder muss also seine eigene Staking-Node betreiben. Und der Konsens-Algorithmus, Proof-of-Stake, der zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute, die viele Coins besitzen, die haben nun mal viel Macht im Netzwerk. Umso mehr Coins ich besitze, also umso reicher ich bin, desto mehr Macht habe ich über das Netzwerk. Und deswegen ist es ja gerade so verwerflich, dass diese ganzen Leute wie Charles Hoskinson und Vitalik Buterin, dass die sich nun mal daran bereichern, dass die eine große Menge dieser Coins besitzen, weil sie dann halt eben über dieses Netzwerk bestimmen können. Oder zumindest eine größere Macht darüber haben. Denn das Ding ist halt, Staking hat keinen Bezug zur Realität. Es löst deswegen nicht das Oracle-Problem. Wer sich dafür genau interessiert, das Oracle-Problem erkläre ich hier in diesem Video. Das ist die eigentliche Erfindung hinter Krypto. Und dieses Oracle-Problem, das löst dann eben nur Bitcoin, weil es dezentral ist und weil es Mining hat. Und Staking hat, wie gesagt, keinen Bezug zur realen Welt. Das findet nur rein in einer fiktiven Welt statt. Und deswegen zwingte ich auch nichts, jemals deine Coins, also deine Macht im Netzwerk, auch wieder abzugeben. Das heißt, Charles Hoskinson wird immer reicher, Vitalik Buterin wird immer reicher und damit auch immer mächtiger. Und irgendwann hat eine Partei in einem Proof-of-Stake-Netzwerk 51% der Coins. Um die Kontrolle über ein Proof-of-Stake-Netzwerk zu bekommen, müsste ich einfach nur ein paar sehr reiche Coin-Besitzer aufspüren und die entführen und deren Coins klauen oder halt die Leute dazu zwingen, mir ihre Coins zu geben. Und sobald ich halt eben 51% der Coins habe, habe ich die Macht über das Netzwerk, dann kann ich Leute zensieren, dann kann ich Leute ausschließen und keiner zwingt mich, diese Coins jemals wieder abzugeben. Und dadurch zentralisiert sich Proof-of-Stake zwangsläufig, weil halt eben nicht jeder seine eigene Node betreiben kann. Wie gesagt, so eine Node zu betreiben ist sehr teuer, ist sehr aufwendig und das kann nicht jeder. Deswegen müssen diese Leute nun mal Staking-Anbieter nutzen. Das heißt, diese Staking-Anbieter, wie zum Beispiel Amazon, die betreiben dann für dich eine eigene Staking-Node. Das heißt aber, dass Amazon dann die Kontrolle über deine Staking-Node hat, nicht du. Und je mehr Staking-Nodes ein Anbieter betreibt, das kann man alles relativ leicht skalieren, weil es ja kaum ein Aufwand ist für so einen Betreiber, für so einen professionellen Betreiber. Und deswegen können die großen Anbieter auch die besten Konditionen und die günstigsten Konditionen anbieten. Das heißt, die können die höchste Rendite den Leuten versprechen und die Leute wollen natürlich, wie er selber sagt hier, die wollen ja unbedingt Staking betreiben, damit sie möglichst viel Rendite bekommen. Das heißt, die Leute würden natürlich die großen Staking-Anbieter nutzen. Das heißt, diese Macht würde sich auf wenige Staking-Anbieter zentralisieren. Das heißt, ein Staat wie die US-Regierung, die könnten einfach diesen Staking-Anbieter vorschreiben, dass sie bestimmte Transaktionen zensieren müssen. Und diese Staking-Anbieter, die müssen dann mit der Regierung kooperieren, weil sie sonst Ärger bekommen. Deswegen können wir auch sehen, dass nun mal die allermeisten Ethereum-Nodes, gewisse Transaktionen, die die US-Regierung verbieten möchte, dass diese Transaktionen nicht übernommen werden, dass quasi Transaktionen zensiert werden. Deswegen ist Proof-of-Stake und Ethereum auch zentralisiert. Das können wir ganz klar sehen. Satoshi Nakamoto hat sich damals bewusst gegen Proof-of-Stake entschieden, weil Proof-of-Stake, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen ein komplett schlechter Konsensalgorithmus ist. Denn, ja, jeder muss Staking betreiben, es kann aber nicht jeder, dadurch lässt sich Proof-of-Stake leicht kontrollieren und es zentralisiert sich zwangsläufig. Es ist einfach nur ein Scam, der Leuten angetreten wird, damit diese Leute halt eben diese ganzen Gründer wie Charles Hoskinson noch reicher machen. Die erzählen dann irgendeinen Kack den Leuten. Die glauben das dann, weil sie sich nicht mit der Technik dahinter beschäftigt haben, weil sie keine Ahnung haben, was Proof-of-Stake und Mining eigentlich wirklich ist. Die behaupten dann, Cardano oder Proof-of-Stake, das sei irgendwie dezentraler oder genauso dezentral wie Bitcoin, könnten aber kein Argument aufführen, einfach, weil es da eben kein Argument dafür gibt. Ethereum hat bis vor kurzem noch den Konsensalgorithmus Proof-of-Work genutzt, also hatte Mining. Dann ist Ethereum am 15. September zu Proof-of-Stake gewechselt und seitdem sagt auch die US-Börsenaufsicht ganz klar, dass Ethereum ein Wertpapier ist, genauso wie alle anderen Kryptowährungen und nur Bitcoin ein Rohstoff. Im Gegensatz dazu gibt es ja das Mining, also Proof-of-Work und hier ist der Unterschied, dass die Macht im Netzwerk, die kommt nicht dadurch, dass der, der reich ist, viel Macht besitzt, sondern die Person, die viel Rechenleistung hat. Das heißt, Satoshi Nakamoto ist vielleicht reich in einem Bitcoin-System, aber er hat halt eben keine Macht, nur weil er reich ist. Deswegen ist halt Proof-of-Work auch so uninteressant für Charles Horstensen und andere Altcoin-CEOs, weil sie sich halt einfach nicht ohne etwas zu tun bereichern können. Sie müssen quasi Leuten einen echten Mehrwert bieten, um einen Proof-of-Work-Coin zu bekommen und das ist natürlich total uninteressant. Ich möchte lieber einfach so mir Geld aus dem Nichts erschaffen und damit reich werden. Wer Bitcoin nutzt, muss kein Mining betreiben. Der Unterschied ist auch, Mining findet in der realen Welt statt. Bitcoin-Mining ist effektiv wie die Gewinnung von Rohstoffen. Deswegen ist Bitcoin ja auch ein Rohstoff, wie die US-Börsenaufsicht das sagt und deswegen löst halt nur Bitcoin das Oracle-Problem. Und bei Proof-of-Work kann halt eben jeder seine Macht im Netzwerk jederzeit verlieren, weil man halt eben in der realen Welt Arbeit leisten muss. Das heißt, man muss jederzeit um günstigen Strom konkurrieren, man muss die Hardware der Miner auf den aktuellen Stand der Technik halten, man muss auf Brandschutzverrichtungen achten und so weiter und so fort und darüber hinaus gibt es auch noch komplett zufällige externe Faktoren wie Umweltkatastrophen, die deine Macht im Netzwerk reduzieren können. So etwas gibt es bei Proof-of-Stake gar nicht, weil es, wie gesagt, überhaupt gar keinen Bezug zur Realität hat. Mining-Pools stellen keine realistische Gefahr für einen 51-Prozent-Angriff dar. Das erkläre ich in diesem Video hier. Und ja, eine Note zu betreiben, wird immer günstiger und einfacher. Das können wir sehen mit Rassiobliss zum Beispiel. Deswegen ist Bitcoin ja so langsam. Deswegen gibt es dieses Blockchain-Krilemma. Man kann keine bessere Blockchain als Bitcoin erstellen. Das ist physikalisch nicht möglich. Bitcoin ist extra so langsam, damit jeder Mensch in ein paar Jahren seine eigene Bitcoin-Note betreiben kann. Aber anders als bei Proof-of-Stake muss nicht jeder seine eigene Note betreiben. Es sollte jeder machen, aber man muss es nicht, um Bitcoin zu nutzen. Ich habe dadurch jetzt keinen monetären Nachteil, wenn ich nicht meine eigene Note betreibe. Das ist, wie gesagt, bei Proof-of-Stake anders. Auch wenn meine Bitcoin-Note mal ausfällt oder ich die vom Netz nehme, werde ich nicht bestraft. Das ist auch anders als bei Proof-of-Stake. Verbietet ein Staat Bitcoin-Transaktionen. Dann werden diese Transaktionen einfach von Minern aus dem Ausland übernommen. Da kann man nichts gegen machen. Darüber hinaus harmoniert Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energiequellen. Irgendwann könnte jede erneuerbare Energiequelle auf der Welt mit einem Bitcoin-Miner verknüpft sein. Das trifft auf große Windparks zu, genauso wie die Solaranlage auf deinem Dach. Erneuerbare Energiequellen, die dezentralisieren auch die Stromgewinnung. Das heißt, dass halt eben auch das Bitcoin-Mining dezentralisiert werden würde. Bitcoin-Miner, die geben quasi nur Hitze aus. Das heißt, dass man Bitcoin-Miner einfach als Heizung nutzen könnte oder als Durchlauferhitzer und so weiter und so fort. Das heißt, dass irgendwann in Zukunft auch alltägliche Haushaltsgeräte mit Bitcoin-Miner verknüpft sein könnten. Es gibt zum Beispiel auch schon erste Konzepte für Heizungen, die quasi einfach Bitcoin-Miner sind. Das heißt, man hat einfach eine Heizung, die macht nichts anderes als eine normale elektrische Heizung, nur dass sie halt eben noch zusätzlich eine Gelddruckmaschine ist. Und das sind eben Erfindungen, die passieren nur bei Proof-of-Work, nicht bei Proof-of-Stake, weil wir halt eben bei Proof-of-Work diesen Bezug zur realen Welt haben, den wir bei Proof-of-Stake eben nicht haben. Jetzt ist die große Frage, was ist ein neutraleres Geld? Cardano oder Bitcoin? Cardano hatte einen Pre-Mine, die Gründer haben sich also damals einen unfairen Vorteil verschafft und sich an diesem Geld bereichert. Cardano nutzt Proof-of-Stake, ist damit also zwangsläufig zentralisiert und die Reichen werden immer reicher. Und Cardano hat einen CEO, der sehr sympathisch zu wirken scheint und eine Million Follower auf Twitter hat und damit nun mal maßgeblich die Entwicklung von Cardano beeinflussen kann. Oder Bitcoin, was keinen Pre-Mine hatte, wo sich niemand einen unfairen Vorteil verschafft hat, was auf Proof-of-Work basiert, was auch wirklich dezentral ist, was von einem anonymen Erfinder ins Leben gerufen wurde, der verschwunden ist, sich nicht an diesem Geld bereichert hat und so weiter und so fort. Ganz klar, Cardano ist dezentraler, das sagt zumindest Efflow. Es wird ja auch noch behauptet, dass Cardanos Limitierung genauso fest ist, wie die von Bitcoin. Ja, das ist natürlich Schwachsinn, weil Cardano ist nicht so dezentral wie Bitcoin. Das ist genauso, wie bei Ethereum, wenn quasi Charles Hoskinson vorschlagen würde, dass man die Geldpolitik von Cardano ändert, dann würde das sehr wahrscheinlich passieren. Ist bei Ethereum genauso passiert und ja, bei Bitcoin gibt es das wie gesagt nicht. Bitcoin ist am dezentralsten, auch aufgrund der Technologie hinter Bitcoin und der einzigartigen Entstehungsgeschichte und Bitcoin hat deshalb das glaubwürdigste Knappheitsversprechen. Man kann Bitcoin nicht ausweiten und jeder echte Bitcoiner, der eine eigene Bitcoin-Note hat, der akzeptiert nur Blöcke mit der Limitierung auf 21 Millionen Coins, mit der gleichen Block-Size und so weiter. Da gibt es wie gesagt diesen sozialen Konsens. Leute haben sich darauf geeinigt, dass Bitcoin diese verschiedenen Eigenschaften hat. Das heißt, du kannst Bitcoin nicht ausweiten, du kannst einfach den Bitcoin-Code verändern und zum Beispiel ein Bitcoin rausbringen mit 42 Millionen Coins. Der gravierende Unterschied ist aber, dass du dann eben kein Bitcoin hast, sondern das Bitcoin 2 rausgebracht oder Bitcoin 42 Millionen. Das heißt, die Netzwerksicherheit ist komplett niedrig. Man könnte deinen Coin sofort zerstören und keiner akzeptiert deinen Coin. Wir sehen ja, es gibt haufenweise Hard Forks, zum Beispiel auch Bitcoin Cash oder Bitcoin Satoshi Vision. So gut wie keiner hat sich dafür entschieden, dass Bitcoin Cash das richtige Bitcoin ist. Genauso wenig hat sich irgendwer dafür entschieden, dass Bitcoin Satoshi Vision das richtige Bitcoin ist. Deswegen fallen diese Bitcoin-Alternativen ja auch auf Null und sind nicht das echte Bitcoin. Diese Bitcoin Hard Forks, das sind einfach irgendwelche Shitcoins. Das sind genauso Shitcoins wie Cardano und alle anderen Coins mit der Logik, dass die maximale Anzahl an Bitcoin ausgeweitet werden kann, weil man ja einfach beliebig viele Hard Forks erstellen kann. Mit dieser Logik könnte ich auch sagen, dass Cardano absolut wertlos ist, weil es auch beliebig viele andere Shitcoins gibt. Es gibt noch Solana, es gibt noch Dogecoin, es gibt noch XRP, die sind ja genauso viel wert wie Cardano und deswegen ist Cardano nichts wert. ist auch einfach nur ein komplett anderer Coin, der nichts mit den Coins zu tun hat. Die Frage ist jetzt, möchtest du ein dezentrales Geldsystem, was Staat und Geld trennt? Wenn ja, dann beschäftige dich mit Bitcoin. Wenn du das nicht möchtest, wenn du weiterhin möchtest, dass zentrale Personen einfach die Geldmenge ausweiten können, um zum Beispiel Kriege zu finanzieren, dann kannst du einfach sagen, nein, dann bleibe einfach beim Euro oder beim Dollar, aber kauf keine Altcoins. Altcoins sind in keinem Fall irgendwie eine sinnvolle Entscheidung, weil, wie gesagt, Bitcoin irgendwann alles kann, was andere Kryptowährungen auch können. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man irgendwelche Altcoins kaufen sollte, warum man Personen wie Vitalik Buterin oder Charles Hoskinson zum reichsten und mächtigsten Menschen in der Welt machen sollte. Ihr seid einfach nur Vollidioten, die sich von irgendwelchen Scharlatanen übers Ohr hauen lassen, weil sie einfach nur das schnelle Geld sehen, weil sie nicht die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ihr könnt euch natürlich alle irgendwelche Coins kaufen, weil man damit staken kann und damit mehr Coins bekommen, aber irgendwann werden die Leute verstehen, dass Bitcoin alles kann, was andere Kryptowährungen auch können, nur halt in besser und dann steht ihr ziemlich schlecht da, weil euer Coin dann keinen einzigen Vorteil gegenüber Bitcoin hat. Wenn ihr euch Bitcoin kaufen möchtet, dann kann ich euch die App Relay empfehlen. Dort könnt ihr am einfachsten und sichersten Bitcoin kaufen und zwar Self-Custodial. Das heißt, ihr habt den Zugriff zu eurem Bitcoin. Wenn Relay mal pleite gehen sollte, könnt ihr einfach jede andere Software-Wortet runterladen, dort eure zwölf Wörter eingeben und habt dann wieder Zugriff zu euren Coins und wenn ihr Transaktionen von über 100 Euro tätigt, wenn ihr einen Sparplan anrichtet und wenn ihr meinen Code BEE nutzt, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, dann müsst ihr nur 1% Gebühren zahlen bei Relay, was ich als fairen Deal bezeichnen würde. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und meine Arbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.